hallo und willkommen zurück zu rollercoaster taiko 3 wir haben hier was hier schon wieder kommt wir haben ja wieder ein paar sachen gebaut letztes mal und heute machen wir weiter da ich mache nur schnell die uhr an und dann können wir auch gleich starten okay gut so ich habe überlegt wir machen heute hier das häuschen drüber das endlich mal fertig haben hier kommt zwar kaum einer hin aber was soll's muss ja auch fertig werden muss auch fertig werden aber nur schauen das wollte ich nehmen genau im moment ich muss jetzt schauen weil ich brauche das schöne wende dann kann ich nämlich auch im boden so reinbau ein bisschen er versteht was ich meine irgendwie gibt es hier drin nicht natürlich bitter doch da ich glaube ich noch mehr das dunkle ne so ist gut hier schön reinbauen das wird jetzt lustig na ich werde schon hinbekommen irgendwie so wunderbar moment mal machen wir es dann vielleicht so eher ne es sieht doof aus so ist schon gut dann können wir es nämlich hier auch so machen moment moment erst mal den grund aus hier drauf so okay passt ich muss mir erst hier ein bisschen überlegen das war natürlich sehr wichtig dass der jetzt da steht moment noch mal damit ich hier besser klarkomme genau so wollen wir das haben sehr schön jetzt jetzt habe ich glaube ich raus wie ich es bauen will hier können wir jetzt auch das engere nehmen boah muss ich da noch runter gehen ne ich glaube nicht geht es hier überall zur sicherheit noch runter damit hier auch nirgends wo ein loch ist dann wird es wird es ein großes haushalt werden aber was solls na da muss man noch runter so hier gehen wir auch so hin und sagen so wunderbar das ist schon viel zu weit ich würde mal sagen machen wir es dann noch mit das Haus mal nicht ganz so langweilig aussieht mal zur Abwechslung mal ein bisschen anders ja so ist gut so ist dann der Grosluss von dem Haus der passt voll dann machen wir da drin mal Lampen hin und sowas wo haben wir die denn die sind hier dabei hier bei der andere ne bleiben wir bei den üblichen Dingen da ich stelle die mal hier das sieht doof aus ich brauchte Abenteuerlampen nein brauche ich die jetzt in Geburt brauche ich die jetzt in Geburt finde ich sie nicht mehr dann halt nicht eine Person ist gefahren haha immerhin doch da wollte ich schon drin dann nehmen wir einfach sowas ein bisschen tropisch halt und dann passt es schon so Marketingkampagnen sind glaube ich schon aus hau ich schnell mal neu rein ja so jetzt haben wir auch bald Weihnachten juhu freut ihr euch ich freue mich was wünscht ihr denn oder was bekommt ihr denn ich kriege ja ein neues Handy endlich mal wird Zeit ich habe nur so ein Kack-Handy was man nicht gebrauchen kann jetzt kriege ich halt ein Smartphone finde ich gut finde ich okay ähm hier nein hier so das passt da nicht hin der schwebt so jetzt auch so halb aber was solls irgendwas muss da ja auch hin ne egal das passt jetzt so was da drin ist ich brauche es mal erstmal hier fertig gibt es da keine Tür oder sowas zum rein hüpfen hier vielleicht Tür das kann es doch nicht sein oder na tatsächlich nicht unfassbar aber Fenster muss doch geben Exit ernsthaft kann doch nicht so was da hin bauen vor allem ist das ne also paar Fenster als Fenster naja wo haben wir das noch hin hier vielleicht hier noch ein bisschen könnte man es hier hin bauen würde das funktionieren das ist so theoretisch schon praktisch weiß ich ja nicht machen wir einfach machen wir jetzt einfach und die Höhe ist dann auch okay können wir auf zwei Ebenen machen ich glaube das ist eine coole Idee eigentlich so das Gebäude wird jetzt halt ein bisschen lahm ja die fährt doch voll durch aber ist mir wurscht kein größeren kein größeres Ding dafür gibt dann halt nicht warum gehen die alle den Weg hoch die sollen hier hoch gehen um mit zu fahren die dummen so das ist falsch das war auch falsch ja super egal das mache ich erstmal hier ähm hier hin genau damit es vielleicht auch mal ein bisschen anders aussieht das Gebäude so so soll es sein hier kann man es ja so machen theoretisch also in der Höhe das ist gut doch das passt nee dann brennt es an nee nee machen wir schon alles machen wir schon alles so dann damit es passt dann ist ja gut stimmt das hier ne nicht hier so stimmt das und hier stimmt es aber so ja ja müssen es so hoch haben ok dann machen wir das halt so rum und das Loch noch so ok ist jetzt aber falsch hier so so wollten wir das haben eigentlich gut wohl dark ja eher so ok es wird es wird das Gebäude wird alles klar alter das gibst du nicht kann man mir auch gleich sagen dass das nicht stimmt warum sagt keiner was Mensch jetzt hat schlimm so muss so sein ja ich versuche mich mal so an einem dach ich kann nicht garantieren dass das was wird das ja dann ja ich versuche mich mal so an einem dach ich versuche mich mal so an einem dach was ich versuche mich mal so an einem dach